Hallo und herzlich Willkommen hier bei The Bridge Course Road to Salvation. Das hier wird, glaube ich, ziemlich gruselig. Zumindest von dem, was ich über dieses Spiel schon gehört und vielleicht auch gesehen habe. Ja, mal gucken, ob wir, ja, ich bin so ein klein bisschen Schisser, muss ich schon gestehen, ja. Aber ihr seid ja mit mir dabei, hoffentlich. Ihr grüßen euch hoffentlich mit mir. Deswegen würde ich sagen, wir quatschen gar nicht so lange hier drumherum, sondern wir starten dieses schöne kleine Horror-Game. Ich wundere mich gerade, was Personal heißt, aber es heißt wahrscheinlich die Credits oder so. Naja, wir starten. Okay, Mitglieder von Camp Bridge Course, xin chiao chiao. Graduierte in der ersten Jahrgangsstufe, man kommt in den Geburtstag, 24. Oktober 1992, wohne in New Tapay City. Eine Person hinter dem Vorhang, die es ermöglicht haben, dass das Camp Bridge Course wieder stattfinden konnte. Auch wenn die Kursbelastung in der graduierten Schule hoch ist, haben sie den Juniorstudenten eifrig geworfen, diese Kimodameshi-Aktivität zu organisieren. Xin chiao chiao. der sich mehr als jeder andere darauf gefreut hat, ist bereit für den Tag, an dem er kommt. An dem? Ja, doch, ja. Mein Gott. Entschuldigung, falls ich mit dem Lesen noch ein bisschen wääh bin, habe ich manchmal am Start von einer Aufnahme, aber das kriegen wir hin. Do you dare? Ja, ich glaube schon. Ist mein Punkt. Ja, schön. Uh, wir haben ein Handy. Wir sind um 10.05 Uhr zur Brücke zur Probe verabredet. Du hast noch fünf Minuten Zeit, mach dich bereit. Diejenigen, die zu spät zur Probe kommen, müssen aufräumen. Das gilt auch für dich. Xin chiao chiao. Diejenigen, die anwesend sind, gehen bitte noch einmal in die Brücke. Also Projektleifahren durch. Entschuldigung, das ist ein Babblet hier. Wow, Boss, du bist unerbillig. Ich habe bitte Erbarmung. Verstanden? Ich bin auf dem Weg. Ach, wie ist denn das? Wir sind also chiao chiao. Falls ich die Namen falsch ausspreche. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe mir Mühe. So, Camp-Vorschlag 62. Drehen können wir das ganze Ding hier? Uiihihi. Detaillierte Ansicht, F. Ah, ich habe nur mal kurz vorweg, bevor ich hier weiterlese, in den Steam-Kommentaren gesehen, dass die Übersetzung teilweise so mwah ist, aber meistens sehr gut. Das heißt, wenn irgendwann mal so ein komischer Satz kommt, wo man sich so denkt, so, oh, das hat mit der Rechtschreibung, schwierig, wundert euch nicht. So, das Thema des Kimodameshi-Camps ist von der Legende der Verfluchtenbrücke abgeleitet. In der Datei waren die vorhandenen Mitglieder und der detaillierte Ablauf des Rituals aufgeführt. Zweck, wir veranstalten ein Kimodameshi, das auf der berühmten Geisterlegende unserer Akademie basiert, um die Studenten zusammenzuschweißen und unsere Universität bekannter zu machen. Organisator, Tunghu-Universität, 62. Multischullager, okay, das klingt irgendwie komisch, Multischullager, okay, weiter. Liste der führenden Mitglieder, Leader, Rechtsfakultät, drittes Jahr Bu-Hu-Wing, Diensthabende Massenkommunikation zweites Jahr De-Chuan-Chi, allgemeine Angelegenheiten, Informationstechnologie für das Jahr Wen-Chao-Li und Ausstattung Philosophie, erstes Jahr Tian-Ming-Li. Oh Gott, mein Gott sind da viele. Okay, weiter. Kunstdesign, Kunstschule, erstes Jahr Lin-Nen-Ching, PR, Massenkommunikation, Doktoranden, erstes Jahr Xin-Chao-Chao. Das sind wir, wenn ich das richtig verstanden habe, Doktorand zu weisen. Kimodameshi-Prozess. Erstens, der Teilnehmer sitzt sich auf den Stuhl in der Mitte der Brücke und bedeckt seine Augen mit einem roten Tuch. Zweitens, nachdem die Glocke geläutet hat, nimmt der Teilnehmer das rote Tuch ab. Dann geht der Teilnehmer zu einem vollen Kreis um den See herum, ach, geht einen vollen Kreis nicht zu einem, und kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Hinweis, um die Sicherheit zu gewährleisten, gibt es bei diesem Kimodameshi nicht den traditionellen Prozess des Treppenzählens und Zurückschattens. Okay, ich bin mal gespannt, was wir da veranstalten. Es ist ja irgendwas, so ein Legende-mäßig oder so, und es ist eine Art Ritual, wenn ich es richtig verstehe, oder Prozess, wie es da steht. Und das wollen wir durchführen. Okay, wir sind aufgeregt. Wir können mit WASD laufen. Mit Shift können wir rennen. Tab Inventar. Ja. Ach, unser Handy. Das ist ja cool. To-Do-Liste. Auf dem Weg zur Probe der Panoramabrück. Gucken wir mal. Ah, das ist unser Chat. Cool, dann können wir nochmal nachlesen. Das ist gut. Okay, da hat irgendjemand mit uns geschrieben. Wir lesen erst einmal am Anfang ein bisschen. Hattest du in letzter Zeit schlechte Laune? Warum fragst du? Nichts, ich bin wegen eines netten Gesprächs hergekommen. Bittere Züge nicht, mit mir zu sprechen, wenn du mit einem Mobbing-Problem konfrontiert bist. Übrigens, ich bin ziemlich gut im Betteln mit meinem Babyarm. Hä? Was? Was zur Hölle? Was ist das denn für eine Aussage? Außerdem bin ich sicher, dass mein Bruder ihn verprügeln kann. Du hast jemanden, den du anflehen kannst? Was? Du meinst jemanden, den ich kenne? Keine Sorge. In ein paar Tagen geht es mir wieder gut. Ich danke dir. Pass auf dich auf. Okay. Okay, uns ging's offenbar nicht so gut. Das ist ja nett, dass er helfen möchte. Aber das ist eine ganz weirde Aussage mit dem Betteln hier. So. Psst. Du wirst die Nachricht nie lesen. Egal, was passiert. Hast du morgen Nachmittag Zeit? Dann treffen wir uns. Ich weiß, dass du dich blind stellst. Wie auch immer. Lass uns auf der Brücke treffen. Übrigens, wenn du nicht da bist, gehe ich direkt in dein Klassenzimmer. Bitte zwing mich nicht dazu. Mal, stalken wir den, oder was? Hallo, Xin-Ciao. Was führt dich heute hierher? Ich hoffe, du hast keine Angst. Nichts für ungut. Da du neu hier bist, sollten wir uns vielleicht mal unterhalten. Bitte sprich mit mir. Du bist unglaublich verlässlich. Zuerst habe ich mich gefragt, ob ein Doktorand beängstigend sein würde oder nicht. Mach dir keine Sorgen, die meisten Leute hier sind sehr nett. Die meisten? Gewiss, du wirst alle besser kennenlernen. Okay, danke für die Erinnerung. Das ist irgendwie voll die komische Kommunikation. Es ist, als würden die zwei verschiedene Gespräche führen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Übersetzung liegt oder ob uns Kontext fehlt. Ach, das ist, es liest sich komisch. So, der Brückenfluch. Achso, da oben. Ah, das ist das hier. Okay, ja, das haben wir gesehen. Bilder, Apparate. Okay. Chat, da war mal gerade. To-do-Liste. Oh, wir können auch anrufen. Können wir anrufen? Oh! Keine Antwort. Okay, sie möchte nicht mit uns sprechen. Äh, dann nicht. Dann. Aber wir haben eine Taschenlampe, wie... Okay, ich weiß nicht, wie man die an- und ausmacht, aber ne, ich hoffe, sie bleibt einfach an. Absurd gemunkelt, dass der weibliche Geist auf dem Plakat auf das Bild einer Absolventin aus dem Abschlussalbum zurückgeht. Einige behaupten, sie hätte nachts Albträume, nachdem sie dieses Plakat gesehen hatten. Event. Vor der Dämmerung, 2016, Junghu, Universität, Multi, Schullager, Brückenfluch, Kimodameshi. Time, 19.03.2016, bis 20.03. Reiche jetzt deine Bewerbung ein. Bitte wende dich bei deiner Bewerbung an den Fachschaftsrat. So. Gut, da gehen wir ja jetzt offenbar hin. Boah, ich dachte gerade schon, da steht jemand. Mein Gott, es ist ja nichts passiert, wisst ihr? Und ich erschrecke mich vor im Schatten. So, das ist unsere Schule, wenn ich mal, wie möchte ich von ausgehen? Informationstechnologiegebäude. Kann ich irgendwas auch noch anklicken, Lücke? Ist irgendwie ganz cool gemacht. Ich bin sehr magis. Administration und es gibt wichtige Dinge zu tun. Okay, wir können hier nicht lang. Dann nicht. Dann gehen wir wohl zur Brücke. Aber es sieht sehr cool aus hier. Es gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So dunkel ist es auch nicht. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich gerade ganz gut auch sehen. Before dawn. Bin ja mal gespannt. Das können wir jetzt leider nicht lesen. Ist das der Busplan? Könnte sein, oder? Da ist die Weihnachtsfeier von 2015, aber wir haben ja schon 2016. So. Dann bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, was ihr bisher zu dem Spiel gehört habt. Ich habe nicht so viel gehört. Ich habe mir natürlich ein bisschen bei Steam so mal angeschaut. Was so Leute für Bewertungen schreiben. Es scheint aber sehr, sehr gut, oder schien sehr, sehr gut anzukommen. Es ist ja noch gar nicht so alt. Ein paar Monate. Dann kann man gleich nochmal lesen. Ich lese es gleich vor. Und da auf Twitter ja gewünscht war, dass wir wieder Horror spielen, dachte ich so, warum nicht? Hier so ein, zwei Schreckmomente. Deswegen sind wir jetzt hier und ich hoffe, ihr erschreckt euch schön mit mir mit. So, weiter geht's. Die Legende der Tung-Hu-Universität. Der Fluch der Brücke. Gerüchten zufolge wollte ein Paar einmal durchbrennen und verabredete sich auf der malerischen Brücke. Das Mädchen wartete jedoch bis Mitternacht und der Junge kam nicht. Also begingen sie Selbstmord. Das ist Romeo und Juli auch, oder wie? Also begingen sie Selbstmord, indem sie aus Wut in den See sprang. Seitdem wird die ursprünglich 13-stöckige Brücke, wow, auf unerklärliche Weise zu einer 14-stöckigen Brücke, wenn man auf der Brücke spazieren geht und die Treppen zählt. Geschreckliche Spukgeschichte eines weiblichen Geistes, der sich auf der Brücke das Leben nimmt. Okay, weird. Du gehst da hin, zählst die Treppen, und auf einmal ist da ein Stockberg mehr. Drücke F um dich in einer... was? Oh, ich habe eine Ruhmenschaft erzielt. Geschützt durch göttliche Macht. Wenn es die göttliche Macht God heißt, dann ja. Okay, ist das die Frage, wo müssen wir lang? Links oder rechts? Oder geradeaus? Da ist die Brücke. Ja komm, wir gehen einfach mal hier lang. Wenn da eh schon eine Brücke dran steht, dann folgen wir mal dem Weg. Ich glaube, das ist ganz schlau, wenn wir das so machen. Die haben überall ihre Dinger hier aufgestellt. Also das soll ja oftmals ein sehr großes Event sein. Okay, geht sie mal rein? Ist ein bisschen unangenehm hier, dieser Park. Ach, guck mal, da steht jemand. Hallo? Na? Überprüfung von Tian Ming. Geht sie gut? Drücke F um mit NPCs... Warum geht das immer so schnell weg? Äh, guck mal, da steht rechts jemand. Ach, das ist eine Pappkiko. Ja. Ach, der... Ach, meine Arme. Okay, wir sind also Atheisten, offenbar. Er hat ganz schön Schiss vor dem, was passieren wird. Das ist voll cool gemacht. Ich bin gerade voll begeistert hier. Okay, was... Was willst ihr so? Nee. Was denn? Was lästert ihr zwei denn, ha? Ihr habt es wahrscheinlich lesen können, ich nicht. Worüber lästert ihr zwei, ha? Aber die sehen voll gut aus. Das ist voll krass. Also ich bin ja wirklich sehr unvoreingenommen reingekommen hier in das Spiel. Aber halt... I'm impressed. So, Leute, hi. Na? Störe ich euch? Wo ist das F? Da. Ach, wir sind glücklich. Was, wir sollen uns auf den Stuhl setzen? Nee. Nicht dein Ernst, nimm Platz und beginn die Probe. Nö. Nö. Tschüss. Warum muss ich mich denn auf den Stuhl setzen? Ah, passiert irgendwas mit mir. Ich gehe. Adios. War schön mit euch. Ah, fuck. Wir können nicht gehen. Aber wir haben irgendwas... Unser Handy zeigt irgendwas an. Hier muss ich es aber noch go. Boah, wir können da komplett noch nicht... Das ist so... Ich weiß schon, wie das gemacht ist. Sodass man sich so richtig schön erschreckt, wenn man hier lang geht. Unangenehm. Ich will mich nicht auf den Stuhl setzen. Nein. Du bist auch so ein Schisser. Komm, wir gehen hier wieder auch lang. Tschüss. Es ist Spiel, uns hier so ein bisschen erkunden. Oder zwingt es uns, uns auf den Stuhl zu setzen? Wahrscheinlich schon gleich. Ja, aber wir müssen mal kurz die Gegend ja ein bisschen erkunden. Wir müssen ja wissen, was uns hier so erwartet. Dass man sich verstecken kann, finde ich, ist schon mal kein gutes Zeichen. Das bedeutet ja, dass wir uns auch verstecken müssen. Wisst ihr? Versteht ihr? Weihnachtsmann hier. Gut, so viel gibt es nicht zu sehen. Wir gucken gleich nochmal aufs Handy, weil das Symbol da gerade unten rechts ist. Aber da würde ich sagen, wir gehen direkt mal zum Stuhl und starten. Aber hier wird ja sicherlich noch nichts Gruseliges passieren. So, top. Okay, wir haben eine neue To-Do-List. Aber ansonsten haben wir nichts. Ah, okay, der tut immer nur die To-Do-Liste erneuern. Na gut, dann setzen wir uns mal hin. Ich will zwar nicht, aber gut. Hi, Freunde. Nö. Achso, wir kriegen ja das Tuch jetzt auf die Augen, oder? Hi, Dude. Ja, nee. Ja, ich bin einfach bei ihm. Aber... Okay, ein Klöckchen hat geklingelt. Hi. Hi. Wir müssen es nicht ruckartig umdrehen. Achso, ich mache übrigens gerade nichts. Sie läuft schon alleine. Oh, oh. Ah! Was? Lauf um dein Leben. Fuck, hab ich mich gerade erschreckt. Ah. Okay, wir gehen hier. Ich kann hier ja gar nicht durch. Oh mein Gott. Ah. Entschuldigung. Was ist das denn? Was ist das für denn? Oh mein Gott. Juhu. Juhu. Wenn du dich in der Hockey bewegst, kannst du effektiv vermeiden die Aufmerksamkeit der Geister auf dich zu ziehen. Alter, wir haben gerade erst angefangen. Alter, scheiße. Lauf um dein Leben. Okay, ich gehe ja schon. Ich laufe schon wieder. Falsch. Oh my god. Let's. Du fackest die schnell, hä? Okay, ich bin überfordert mit dem Spiel. Mal heute versuchen, okay. Was zur Hölle? Wieso ist der denn die ganze Zeit da? Hä? Bin ich... Ich glaube, ich bin zu doof für das Spiel, ey. Wir sind 20 Minuten im Spiel und ich... Ich raff's nicht. Ich darf nicht da lang, also ich... Okay, hä? Sie kommt aber doch... Sie kommt doch wieder, ich... Beide, die Sichtlinie des Geistes, verstecke dich in Regalen oder Toiletten. In Regalen. Ich klemm mich so ins Regalpinn. Ich versteh's nicht. Also man erwartet ja, dass man losrennt hier, ja? Guck. Dann wird erwartet, dass du hier reinrennst. Warum ist sie denn da direkt wieder? Ich versteh's... Ich versteh's Spiel nicht. Ich versteh's, ich versteh's. Okay, wir haben es mal ins Versteck geschafft, aber ich versteh immer noch nicht. Ist das so schwer oder bin ich doof? Ich mein, es ist das Anfang vom... Das Anfang, vor allem der Anfang vom Spiel. Das kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht stell ich mich auch einfach nur doof an, wer weiß. Auch von deinem Leben. Kann ich mich nicht umgucken, so ein bisschen? So links, rechts? Nö. Ah, hallo, hallo. Oh, ist das... Wie soll ich denn ihr entkommen? Hä? Hä? Okay. Nochmal. Wir wissen, wir müssen rennen. Wir können uns ja auch verstecken. Komm, ich zieh's durch. Okay. Die kommt doch... Warte mal. Ja, ach, guck. Guck, sie kommt daher. Wir müssen ja nur schnell genug von ihr weg. Es hat ja, glaube ich, mehrere Toiletten, oder? Sieht die uns hier drin? Sieht die uns? Nee, sie sieht uns nicht. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Gerade von links oder von rechts? Ich glaube, ich stell mich einfach nur doof an. Komm, Konzentration. Wir kriegen das hin. Ah, hoppala. Nee, das wollte ich nicht. Wie komme ich raus? Na! Geh weg. Okay. Da ist ein Pfeil. Dann gehen wir halt mal da lang, oder? Ah. 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 Oh nein. Jetzt, hey, wir sind immerhin ein Stückchen weitergekommen, weil's gerade eben... Oh nein, ist das wurchtbar. Ah. Warum ist die denn einfach so schnell, ey? Komm, zisch, ab. Komm, schaffen wir's, schaffen wir's, schaffen wir's, schaffen wir's, komm. Geh da rein, geh da rein. Jetzt sehen wir nix. Ist sie jetzt da, oder nicht? Wo muss ich denn hin? Ich kam grad von rechts, oder? Oh, ich trau mich nicht rauszugehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich kam von da, oder? Doch, ich kam von da. Also hier lang. Ja, da, da ist der Pfeil. Ja. Sind wir jetzt safe? Sind wir safe? Haben wir's geschafft? Oh, nee. Ey, kommt die jetzt aus dem Klo noch raus? Inte los! Oh, Mensch! Oh, Mensch! Oh, Mannz! Oh, Mannz! Oh, Mannz! Och, Mannz! allora, Mannz! Oh, Mannz! Oh, Mannz! Michelle Wool JW plumbing! Oh, Mannz! Das ist erinnend! Person hat sich die Strache troUS. área miss她 vor. Ah, Mannz! Und damit her ich das so gut gut getrouve Sie. Die See, Frau hat eucheen. Das ist, erklärt mir. Wie alt! Mannz! Warte mal mal, schreckt die uns so? Nö. Nö. Also nach dem gerade eben, das als Einstieg in das Spiel, der kann nicht mal. Nee. Genau. Hallo, ich will mich bewegen. Oh, das Handy wimmelt. Hey, wo hast du gesteckt? Das ist meine Frage. Wir konnten nicht nirgends finden. Ich habe meinen Taismann auf dem Weg verloren, also habe ich... Alle, lasst uns ihm helfen. Nö. Warte im Studentenwerksbüro. Ich bin willkommen zum Büro, wenn wir ihn gefunden haben. Ich werde in der Film denken, sonst würde es sich zu tun ängstigen. Äh, nehmt mich mit. Nee, ich will nicht nach seinem Talisman suchen, ey. Nö. Das war der Einstieg ins Spiel. Alter, das war voll heavy. Jetzt müssen wir nach dem Talisman suchen. Oh, die wollen mich doch verarschen. Auf dem Weg. Achso, das kann man die Nachrichten nochmal nachverfolgen. Oh, guck mal, das ist... Oh, das ist voll süß. Das gefällt mir. Ist das unangenehm. Liegt der da? Ganz zufällig schon direkt? Aber das ging schnell. Detaillierte Ansicht. Der Talisman sieht neu aus, auch wenn er noch nie abgenommen wurde. Hä? Verstehe die Aussage nicht. Naja. Zurück zum Schnellenwerksbüro im IT-Gebäude. Ich will jetzt aber nochmal kurz hier zurück. Habe ich denen jetzt auch geschrieben, dass ich den habe? Ah, ne, guck mal hier. Apparate. Die haben wohl Gegenstände komisch übersetzt. Was ne Uschi, ey. Junge, Junge, Junge. Ach, guck mal, das hängt da noch. Ich komme aber nicht dran ver... Schade. Okay. Also, wir haben es immerhin gecheckt mit dem Labyrinth. Witz hier. Ich hatte schon... Bisschen Angst, dass wir jetzt direkt am Anfang so ultra lang brauchen. Also, dass wir nur hier wegrennen. Ich verstehe gar nicht, wie man so fehlen kann. Ähm. Ähm. Es bewegt sich. Oh, Hilfe. Was war das? Was war das? Mach's weg. Was tue ich mir hier an? Ich hab gesagt vorhin, ich bin ein Schisser, ja? Das war ernst gemeint. Schnell zurück zur Schule. Okay. Ja. Viel zu den anderen. Aber haben wir eigentlich nur ein Bild. Dunkle Gestalt im Wald und die gelb gekleideten Angler. Hm? Man munkelt, dass man, wenn man spät in der Nacht in den leeren Garten umherwandert, von einem... von einer dunklen Gestalt mit verschwommenem Gesicht im Schatten beobachtet werden kann. Ist ja voll unangenehm. Mitternacht gibt es sogar eine Gruppe von kopflosen Anglern in gelben Regenmänteln, die am See angeln. Bitte sehr vorsichtig, wenn ihr spätabends unterwegs seid. Ja, was machen wir dann spätabends unterwegs? Wir gehen nach Hause einfach. Fertig. Warum sind wir überhaupt draußen unterwegs? Ich war der ganze Zeit drauf, dass jemand nochmal was schreibt. Ich will mehr Nachrichten lesen. So, IT-Gebäude. Das war doch, glaube ich, das da drüben, oder? Technologie, ja. Dann mal da rein. Junge, Junge, war das ein Start in das Spiel, ey? Ah, jetzt hat sich was getan. Hä? Ist doch gar nichts. Kann ich es nochmal genauer anschauen, oder wie? Nee. Okay. Mensch, haben wir eine hässliche Schule? Hallo? Okay, dann dürfen wir nicht hoch. Wo seid ihr? Leute? Hallo? Hallo? Warum doodelt hier Musik? Ah, da. Ach, guck mal, da hat jemand gespielt. Und hat einen Checkpott gewonnen. Schön. Da ist eine Tasche. Klassische, unifarbene Rucksack. Fällt mir. Gefällt mir. Das unauffällige und klassische, einfarbige Modell ist die beste Wahl für dein Campusleben. Das größte Problem ist jedoch, dass man leicht mit anderen Leuten zusammentrifft, die dasselbe Modell tragen. Wow. Das ist ein Taschenrechner. Es bietet grundlegende Additions-, Subtraktions-, Multiplikations-, Divisions- und erweiterte Mathematikfunktionen. Jo, so einen Taschenrechner habe ich auch. Sogar mal einen richtig coolen in der Schule. Ich konnte ganz, ganz viele Sachen. Okay, ich weiß da nicht, wo die anderen sind, aber wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Das schadet ja wahrscheinlich auch nicht. Da ist überall dunkel, das heißt, das interessiert uns nicht. Studentenwerksbüro. Achso, da sollten wir ja auch hin. Hi. Leute, ihr habt... Oh Gott, guckt euch das mal an. Wie cool ist das denn, Facebook-Likes? Also ich... Entschuldigung, FB-Likes. Wir wissen ja nicht, ob das Facebook ist. Don't be a was. Ja doch, doch bin ich. Log shooting script, finalize the budget, break down the script, finish storyboards und so weiter und so weiter. Cast. Stehe ich da auch drauf? Ich stehe da gar nicht drauf. Ach, voll cool, die haben sich doch richtig hier so Mühe gegeben damit. Okay. Ah, hier mit ihm können wir sprechen. Hallo. Oh. Ich glaube, das gehört dir. Ja, kein Ding. Hm? Er macht sein Glück auch abhängig von dem Ding. Aha, was haben wir denn jetzt zu tun? Nachdem wir hier erstmal mehrfach gestorben sind. Vorbereitung auf das Treffen. Okay. Hat sie es hingelegt? Da? Ja. So, äh, einmal drehen. Rückseite steht nichts, dann gucken wir mal. Das Kimo-Dameshi-Camp wird die beste Erinnerung an ihre Jugend sein. Alle haben ihr Bestes getan, um das Ziel zu erreichen und erwarten nach dem Camp eine Dinnerparty. Mhm. Aktuelles Ziel, die Teilnehmerzahl muss mindestens 70% unserer Schätzung erreichen. Aktueller Meilenstein, bislang haben wir nur 40% unseres Ziels erreicht. Mhm. Rückblick. Wir müssen uns auf eine Werbekampagne vorbereiten. Alle führenden Mitglieder, bitte rufe deine Freunde auf, unsere Seiten in den sozialen Medien zu liken, um die Bekanntheit zu erhöhen. PS. Ich habe gehört, dass die Wenhao-Universität bereits 80% der Anmeldungen erreicht hat. Schön für die. Mal pöp. Vorbereitung das Treffen. Ah, jetzt können wir auch hier nochmal gucken. Haben wir aber, also brauchen wir das nicht mehr. So, können wir auch was trinken? Geht das? Geh weg. Zisch ab. Ich will trinken. Okay, geht nicht. Muss ich jetzt nochmal mit ihr reden? Da war doch gerade das Auge. Ah, da hinten. Feingedruckte Flugblätter dank der Bemühung aller Teilnehmer. Die Campmitglieder taten ihr Bestes, um diese Flugblätter jeden Tag um die Mittagszeit in der Mensa zu verteilen. Dabei sollten möglichst viele Teilnehmer angelockt werden. Event vor der Dämmerung 2016, Tungu-Universität, Multischullager, Brückenfluch, Kemudameshi. Ja, stimmt, die Zeit ist auch nochmal drauf. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Wollen wir es nicht nochmal hier anschauen? Boah. Ist das krass. Guck mal, das ist vorwärts. Das ist rückwärts. Das ist immer deutlich langsamer. Das ist irgendein Monatsplan. Gut, dann wahrscheinlich mit ihr hier. Hallo, mit mir. Achso. Ah. Ah. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, wo müssen wir hin? Da unten, oder? Ja. Achso, muss ich jetzt die ganzen Sachen einsammeln, oder wie, oder was? Nee, ich verstehe es noch nicht so ganz. Hallo? Redet mal jemand mit mir? Da liegt noch was. Ja, drehen. Dann proben wir eigentlich nicht, guck's an. Viele bekannte Online-Streamer traten mutig ein, um den verbotenen Campus herauszufordern, und viele Menschen folgten ihn. Unerlaubt es Betreten des Geländes bei Nacht. Ein bekannter Online-Streamer nahm versehentlich ein Video des weiblichen Tungu-Geistes vom Brückenfluch auf. Viele Zuschauer erschrecken. Es war am 7.02.2016. Oder 2.07. Nee, das 7.02. Wir haben ja auch, glaube ich, erst März oder so. Berichtet von Xingye News. Der Brückenfluch der Tungu-Universität ist schon seit langem beliebt. Vor ein paar Tagen betrat ein Online-Streamer den Campus, um diese tabusierte Zeremonie herauszufordern. Der Streamer tritt hier mutig den Kopf nach hinten, als er mit der Nacht auf die Treppe ging und seine Schritte zählte. Er nahm ein Video auf, auf dem eine gespenstische weiße Gestalt zu sehen war. Die Zuschauer des Livestreams riefen aus, das war erschreckend und das Video ging viral. Schön. Okay. Dann ist das wahrscheinlich das, was hier hinkommt. So, was gibt's hier noch? Müssen wir dafür irgendwo rausgehen oder liegt das Zeug alles hier drin? Das wäre ja schön. Ich will nämlich nicht rausgehen. Das konnte ich nicht nehmen, dann muss ich wahrscheinlich... So, tschüss. Ich kann leider nicht gehen. Ich will, aber ich kann nicht. Hallo, ich will... Oh, ach... Black Tee? Oh, Tee. Ein Klassiker, der jeder liebt. Ja, da hast du recht. Was soll ich jetzt ernsthaft nur den Tee angucken müssen? Was ist denn hier los? Okay, Schublade. Ah. Die Studenten und ehemaligen der genannten Schule, äh, Schulen, diskutierten nach Bekanntwerden der Einmeldung heftig. Die Erfahrungen mit paranormalen Vorfällen wurden zu einem heißen Thema in verschiedenen Foren. Erstens, Tunghu Universität der Brückenfluch. Horrorbewertung, drei Sterne. Ein Unfall ereignete sich hier vor vielen Jahren, aber die Akademie hat die Existenz eines Geistes immer bestritten. Sie betonten, dass sie Straßenlampen aufgestellt haben, um das Problem der schlechten Sicht zu lösen und Unfälle zu vermeiden. Wenhua Universität, der Geisterfahrstuhl. Horrorbewertung, fünf Sterne. Oh nein. Dieser Aufzug fährt nach dem Reichen der untersten Etage immer weiter nach unten bis hin zum Fluss Sticks der Hölle. Er wurde von der Akademie verschlossen. Drittens, Xiongshen Universität. Das Portal des Geisterkönigs. Horrorbewertung, vier Sterne. Man sagt, dass dieser Aufzug als Portal für den Geisterkönig dient, um in unser Reich zu gelangen. Die Akademie hat ihn verschlossen und Götterstatuen und Schriften auf einem Schrank vor dem Aufzug gestellt. So, viertens. Quinghua Universität, das Yin-Yang-Portal. Horrorbewertung, auch vier Sterne. Wir schneiden da echt schlecht ab. Diese Tür verbindet die beiden Studentenwohnheime. Ein Student ging einst durch diese Tür und verschwand. Jetzt wurde sie zu einem Lagerhaus umfunktioniert, aber es geschehen immer noch seltsame Dinge. Tja. Okay, hier liegt auch noch was. Gerüchten zufolge soll die zuständige Person bei der Entgegennahme des Vorschlags einen verzerrten Gesichtsausdruck und eine geballte Faust gezeigt haben. Ah, Safety Issue Proposal, okay. Budgettrag, äh, Budget, Antragsteller, Antragsteller, mein Gott, was ist das denn für ein Wort? Allgemeine Angelegenheit. Antragsinhalt, um die Sicherheit aller Lagerteilnehmer zu gewährleisten, empfehlen wir den Kauf von Amuletten, Talisman und Götterstatuten. Wir empfehlen auch einen Mönch für einen Exorzismusritus zu ernauschieren. Pess, ich frage das nicht, weil ich Angst habe. Ich bitte darum um unser aller Willen. Antragsergebnis, alle Anträge wurden in letzter Sitzung abgelehnt. Ungünstig. So, warte mal. Ah, das ist die, das Bewertungsding. Das, doch, ich glaube, wir haben es richtig zugeteilt, dann kommt das da oben hin. Aber da unten fehlt noch was, was ist das? Bild, ein Bild muss es wahrscheinlich sein. Könnt ihr nicht auch mal was tun? Warum muss ich denn nur was machen? Hat hier irgendjemand ein Bild von euch? Ich kann nicht F drücken, okay. Oder muss ich eins machen? Geht das? Kann ich eins machen? Nee, Kamera habe ich nicht zur Verfügung. Okay. Okay, hier ist ein Bild her. Mit denen reden kann ich auch nicht. Hä? Ich kann ein bisschen überfragen. Kann ich jetzt mit dir sprechen? Nö. Boah, Alter, habe ich mich gerade... Boah, innerlich bin ich gerade ein bisschen weggezogen. Hallo, hat jemand ein Bild von euch? Hallo. Hallo. Kriege ich denn jetzt Bild oder irgendwas so was Kleines her? Ich meine, das ist es nicht. Da ist auch nichts. Kann ich springen? Nicht, kann ich springen, schade. Bin, glaube ich, gerade ein bisschen zu doof. Ich meine, ich habe die Sachen hier richtig zugeteilt. Hm. Oh, ich will den Donut essen. Ich weiß nicht, irgendwie in die Hocke hilft das was? Ach, jetzt kann man auf einmal rennen, wenn ich in der Hocke bin. Und dann, also, dass es gerade eben nicht ging. Ich verstehe es nicht. Ist es gerade ein bisschen auf dem Schlauch, um ehrlich zu sein? Ah, warte mal. Aha. Tragödie auf der Panoramabrücke 2012. Den Zettel. Kein Bild, sondern ein Zettel. Oh, wir haben es geschafft. Mein Gott. Dann erklär mir mal. Nein. 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 Nein, nein, habe ich nicht. Nein. Also ich finde das nicht gut. Wo ist denn die eine Dame schon wieder? Das ist ja nicht so gut. Aber wer muss die Ehe gehen? Das ist die Frau? Ich bin der Frau. 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 Der Arme. Der Arme. Ja klar, stimmt was mit der Kamera nicht. Dann gehen wir mal in unser Wohnheim. Der Arme. Was sind denn die anderen eigentlich? Nicht unser Business, wir zwischenab. Ach, da stehen sie ja. Leute, kommt ihr mit oder muss ich alleine gehen? Wie müssen sie sich umgucken? Hi! Okay. Wow! Wow! Herr, du bist so großartig. Ich wusste schon, ich werde dich verletzen. Hey Herr, Herr Herr, wenn du so Angst hast, dann kannst du auf meine Schmerzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Spannend. Ich werde mich davon geistert zu sehen. Ja toll, aber die Geister sind ja dann trotzdem da. Äh. Äh. Oh, der Schisser. Na gut, Leute. Ich geh mal ins Wohnheim durch. Die sind alle weird, wisst ihr das? Wo liegt da noch was, was wir gucken können? Ja! Guck mal da. Schwer zu bekommen, bekommenes Konzertticket, das man mit brillanten, brillanten Fähigkeiten und hervorragende Internetgeschwindigkeit endlich bekommen hat. 999. Genau, hinter der 16. Konzert zum 10-jährigen Jubiläum. Das war am Januar, 19 Uhr. Schön. Boah, Alter! 999 Dollar hat es gekostet. Was zur Hölle ist das für ein Konzert? Da will ich aber nicht hin. Junge, Junge. Wenn ich so viel Geld würde, würde ich das nicht für ein Konzertticket ausgeben. Ich finde, je nach Künstler sind die Preise sowieso schon völlig überteuert. Oh, komm, wer ist denn das jetzt? Ja, klar, ich muss wahrscheinlich auch mit dir reden, mit der Guten. Nee, du... Was? Was war das denn? Hey, Mann, red doch wenigstens mit mir. Wir sollen also da lang, gell? Ich mach mal, was sie sagt. Nicht, dass sie böse wird. Wo ist denn das Studentenbohnheim? Eigentlich ist das doch da vorne, dachte ich. Oh, da liegt ne Käppi. Kann ich die mitnehmen? Oh, ich kann tatsächlich. Äh, Udi das. Der lässige Style und modische Outfits können durch das Produkt wahrscheinlich getan werden. Es ist eine vielseitige Wahl, die nie aus der Mode kommen wird. Ah, Pink wäre nicht ganz meine Farbe oder so rosa. Aber da ist ja jeder recht eigen. Hier steht wieder so ein Pappaufsteller. Interfakulti... fakultatives Lehrgebäude. Ja, da will ich aber gar nicht hin. Ist das das Studentenheim? Oh, ein Becher. Bubble Tea, oder? Handgemachtes Getränk. Eine Tasse voller Köstlichkeiten. Schwarzer Tee und grüner Tee sind nur die Grundausstattung für Arnfänger. Bubble Tea ist der Klassiker. Diejenigen, die einen einzigartigen Geschmack bevorzugen, können versuchen etwas Perlen, Kokosnuss, Gelie hinzuzufügen. Die Optionen, die nicht auf der Speisekarte stehen, sind die Favoriten für Verehrer. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde Bubble Tea ist so... Es geht. Ich... Also den Tee finde ich geil. Was man mit Tee machen kann, finde ich super. Aber ich mag die Tabioka Perlen tatsächlich gar nicht, weil... Ich diese Konsistenz irgendwie weird finde. Hat was im Mund? Und ich persönlich wollte die... Als ich das letztes Mal getrunken habe, wollte die dann so zu beißen. War übrigens das erste Mal, wo ich das so richtig ausprobiert habe. Aber es geht ja gar nicht. Die sind so komisch gummiartig, dass du die nicht zu bissen bekommst. Und dann musst du die ja in Gänze runterschlucken. Und das fand ich dann schon... Ne, das hat mich sehr gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Ach guck mal, da vorne ist sie ja. Die ist ein bisschen spooky. Studentenwohnheim. Dann gehen wir da mal rein. Sind wir alle bereit, uns nochmal zu erschrecken? Ich hoffe doch. Das Mädchen mit den roten Schuhen und der Student des Verkaufsautomaten. Gerüchte zufolge trug eine Studentin ein paar scharlachrote Stöckelschuhe, als sie von einem Gebäude sprang. Warum sterben die denn alle hier? Jetzt kann man dieselben Absätze spät nachts auf dem Campus finden, wo sie alleine herumlaufen. Ein gewisser Student, der von einem Gebäude fiel, stürzte in einem Automaten darunter. Der Automat spuckte seitdem und spuckte oft zufällig Produkte aus, je nach der Stimmung des Geistes. Jetzt, Jahre nachdem ursprünglich der Automat ersorgt wurde, spuckt der Geist immer noch in den Automaten der Tunghu-Universität. Man sagt, dass der Geist am häufigsten im Aufenthaltsraum des Studentenwohnheims auftaucht. Dann gehen wir da... Wie hin? Okay, wir haben eine Nachricht. Wir kennen Studentenwohnheim zur Vorbereitung einer Live-Übertragung. Ja, super. Und die Gruppe hat geschrieben. Äh, okay. Hier geht's weiter. Hey, ich würde wirklich empfehlen, dass ihr alle zu Ruan Yu betet, bevor ihr das Lager aufschlagt. Es ist wirklich effektiv. Mit diesem Teil des Mann werden die Geister sogar von jedem ferngehalten, der so sensibel für das Paranormale ist wie ich. Seitdem ich diese Akademie betreten habe, habe ich noch keinen Geist gesehen. Kimming, wie kannst du dir so sicher sein, dass wir alle Menschen sind? Xinqiao, mach mir nicht so eine Angst. Ich spreche nur die Wahrheit. In jeder Akademie sind Menschen gestorben. In den Wohnheimen, auf den Terrassen und sogar in den Brunnen. Überall hat es Todesfälle gegeben. Was? Du machst Witze, stimmt's ja? Xinqiao. Ich kann den Namen nicht überspringen. Ich sage aber nur Ciao-Ciao. Nun, ja. Ich bin sicher, du hast nichts gegen einen kleinen Scherz, oder? Jetzt aber Schluss mit der Feigheit. Bleib stark, wir sind alle hier an deiner Seite. Ha ha ha. Ahem. Entschuldigung. Voll am Ha-Ha-Ha verschluckt. Ha ha ha. Das hast du davon, wenn du mich vorhin gewählt hast. Ich würde Wenqiao wirklich gerne aus der Gruppe schmeißen. Anverstanden. Ich unterstütze das. Mh. Der ist nicht so begeistert, habe ich das Gefühl. So, Exit ist da. Regenstürme. Das sieht ultra trostlos aus, muss ich ganz ehrlich mal sagen. 412 ist offenbar unseres. Witzesammlung. Unter den Schülern kursiert eine beliebte Witzesammlung. Niemand weiß, wer die Bücher gedruckt hat und sie überall verteilt. Aber es gibt ein Motto. Wer die Witze nicht gelesen hat, ist kein Jung-Hu-Student. Titel Guten Morgen, Geisterfrau. Inhalt. Alle glauben, dass der weibliche Geist der verfluchten Brücke nur mit der Nacht herauskommt. Auch Xiaomin glaubt das. Deshalb nutzte er die Brücke normalerweise als Abkürzung zum Unterricht. Eines Tages traf er einen weiblichen Geist unter der Brücke. Er fragte das Mädchen, solltest du nicht nachts rauskommen? Das Mädchen antwortete, sie ist von der Abendschule und du bist von der Tagesschule. Hahaha. I don't get it. Ne, ich fand's doch einfach nicht witzig. Fandet ihr das? Ich glaub, ich hab's nicht gut vorgelesen. Oh, nur für euer Interesse vielleicht. Ich bin ganz, ganz schlecht im Witze erzählen. Ich kann das wirklich gar nicht, selbst wenn ich es vorlesen muss. So Pointe. Aha, das ist der Aufenthaltsraum. Ah, ah, ah. Da wollten wir doch nicht rein. Da geh ich auch nicht rein, fertig. Ja, ich kann Witze nicht erzählen. Pointe, das ist überhaupt nicht mein Ding. Deswegen, seid mir nicht böse, wenn ich... Boah. Wenn ich irgendwann mal Witze vorlesen muss und die sind nicht lustig, dann kann's sein, dass es an mir liegt. Weil ich halt einfach nicht witzig bin. So Situationskomik, das hab ich manchmal drauf, aber absichtlich lustig sein... Nee. Nicht meine Stärke. 400. Da sind wir doch... Oh, Alter, ist doch offen. Warum macht ihr eigentlich so viel Müll? Ja, Studentenwohnheim hin und her, aber... Das muss nicht sein. Ist das nicht unsere Tür? Hallo? Wo ist mein Zimmer? Das ist mein Zimmer. Oh, so cool. Sexy Josh. Oh, Josh. Worldtour. Ist dafür das komische teure Ticket? Oh. Ey, komm, mach zu. War mein Kalenderchen mit ganz viel angekreuzt. Wahrscheinlich so... Klausuren und so weiter. Ist das hier mein Bett oder ist meins da drüben? Das ist meins. Bewerbungsformular des Instituts. Das Bewerbungsformular von Xinqiao Lebenslauf in den letzten fünf Jahren. Datum 12.02.2014. Ausbildung 2015, Akademisches Jahr, Institut für Massenkommunikation, Chung-Tung-Hu-Universität. Bewerbername Xinqiao-Chao. Geschlechtweiblich. Geburtstagabtum. 24.10.1992. Ui, die ist ein paar Jährchen älter als ich. Dann E-Mail-Adresse. Adresse 6. Stockwerk. Mishang Road. Bumping District. New Taipei City. Taipei. Ja, Telefonnummer. Studienzeit. Name der Schule und Abteilung. 9.2010 bis 6. Juni 2015. Erstes Jahr Frühling. Sind das noch so Noten? Ja, das sind noch so Punkte. Wir waren immer abwechselnd. Gut. Schlecht. Okay. Okay. Gut. Schlecht. Arbeitserfahrung und Ehrenleistung. Erstes Jahr gewann den dritten Platz im Sprachwettbewerb am College. Wow, nicht schlecht. Zweites Jahr Beteiligung an den Angelegenheiten der Abteilung und Tätigkeit als Leiter des Orientierungslagers. Junior Jahr. Dozent für Filmführer. Freiwilliger für Bibliotheksfilme. Spannend. Was wir hier so tun? Brauchen wir das? Ja, vielleicht hat er sich verändert. Nicht mehr. Was denkst du? Boah, Alter, die Psycho, die guckt. Nein, das ist nicht deine Schuld. Warum denn? Achso, du guckst immer so gruselig. Ja, ist okay. Nicht böse sein. Es tut mir leid. Ja, ich auch nicht. Guck, die Böse. Ich glaube auch nicht. Ich weiß aber, wie... Hey, du musst dich nicht einsam fühlen. Ist da für dich? Für dich? Oder? Nein. Nein, das machst du nicht. Nein, 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 nein. Lass das, lass das. Nein. Oh. Äh. Geht's dir gut? Uns geht's nicht so gut, habe ich das Gefühl. Packst du jetzt nochmal rein, oder wie? Oh, oh. Oh mein Gott. Was ist die Hölle? Oh. Uns geht's gar nicht gut. Versprichst du, dass wir immer beste Freunde bleiben werden? Hat wohl nicht so geklappt, oder? Shit. Ah! 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 Was war das denn? Ah! Okay, also, ähm... Ciao, ciao! Geht's nicht so gut. Boah! Mitglieder von Cambridge Course... Ach, wir haben den nächsten jetzt. Tian Ming Li, Studienanfänger in der ersten Jahrgangsstufe an der Abteilung für Philosophie, der für die Ausstattung des Camps verantwortlich ist. Am 6. März 97 Geburtstag, geboren und aufgewachsen als... Miao Li, wurde er auf der Toilette als Mitglied ausgewählt, weil niemand in der Klasse an der Studentenvereinigung teilnehmen wollte. Ah, toll! Super! Er trat im Cambridge Course, äh, auf die dringende Empfehlung seiner Senioren hinbei. Er wollte mehrmals aussteigen, beugte sich aber dem Druck der Älteren. So dieses Jahr betät Tian Ming Li jeden Tag dafür, dass die Kimura Meshi Aktivität ohne Zwischenfälle endet. Da gibt es den fünfmal fest. Ich muss kurz meine Ton muten. Ich muss gerade ultra rüsten. Okay, ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich weiterspülen will. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich will nicht. Wisst ihr was? Ich mache an der Stelle erstmal einen Break. Dann spiele ich den Part dann. Wann anders weiter. Alter, der ist der Anfang. Der hat mich so richtig... Nee. Es war doch heftiger, als ich dachte. Aber ich werde zuschneiden, dass immer diese einzelnen Geschichten... Offenbar spielen wir jeden Charakter jetzt einmal. Sie hält so eine... Ach, sie hält so eine Schnur. Sie hat den Stuhl vorhin da weggezogen. Okay. Genau, ich möchte jeden Part, jeden Charakter einzeln spielen. Und lade dann auch immer diesen Part hoch. Egal, wie lange er dauert. Weil ich möchte... Das war ein bisschen am Stück lassen. Ich glaube, das ist cooler, wenn man jede einzelne... Eine einzelne Story-Einheit für sich hat. Von jedem Charakter. So. Das ist gesagt, würde ich also sagen... Hier gibt es dann einen kleinen Break. Und ihr... Seht, hört mich wieder... Na, seht tut ihr mich nicht. Ihr hört mich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich hoffe, ihr habt euch mit mir gegruselt. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. uomini bene.